Wie ist die Möglichkeit, Probleme zu wachsen? Wir sind hier, um uns zu verändern, um zu wachsen. Doch dazu sind Veränderungen nötig. Die können allerdings auch unbequem sein, oft sogar bedrohlich wirken. Wir sollten aber Veränderungen als etwas Positives und Wichtiges sehen, sie schätzen und anerkennen. Wir können, wenn wir wirklich wollen, jede Situation ändern. Denn wir können in jeder Situation zumindest aus diesen drei Möglichkeiten wählen. Love it, leave it or change it. Verändere, was dir nicht passt, change it. Lass doch einfach, was dir nicht gefällt, leave it. Oder lerne, das zu lieben, was du tust. Love it.